Nicolo kam heuer früher in mein Haus. Er bat mich. Such doch schöne Sachen für deine Zuseher aus. Pack ein Päckchen schnell mal ein und stell es doch gleich auf YouTube rein. Jemand wird sich freuen, ganz bestimmt. Danke für eure Unterstützung, kommentiert geschwind. Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video mit dabei seid und ja, ihr habt absolut richtig gehört. Nicolo war schon etwas früher bei mir und hat sich ein paar Sachen von mir abgeholt, denn ich möchte euch eine kleine Nicolo Überraschung machen und habe deswegen für einen von euch da draußen ein Paket gepackt und würde das gerne an euch verlosen. Ich möchte mich mit diesem Paket einfach für eure Unterstützung, für eure lieben Worte, für all das hier bedanken, dass ihr mir jede Woche das Gefühl gebt, dass ich das hier relativ gut mache und man sich das anschauen kann, was ich hier tue und deswegen möchte ich etwas gerne an euch verlosen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlässt, wenn ihr mitspielen wollt. Ich habe mir vorgestellt, das Gewinnspiel soll bis 5. Dezember gehen, weil ich es gerne an Nicolo, an einen von euch da draußen verlosen möchte. Aber jetzt nun mal zu den Sachen, die ich überhaupt verlose. Los geht's, ich zeig sie euch. Ich habe da eine richtig fette Kiste gepackt und ich zeige euch jetzt einfach nach der Reihe, was ich euch da gerne schenken möchte. Ich beginne einmal mit einem Duschgel von Balea, Let It Snow mit dem Duft von Haselnuss und Schokolade. Dann habe ich euch reingepackt einen Labello Pearlenshine. Auch reingepackt habe ich euch von Douglas eine Haarkur für Volumen. Auch habe ich euch eingepackt von Cloran einen Spray, der für die Haare sein soll und das Haar frischen soll, wenn ihr zum Beispiel in einem lokalen Essen wart und eure Haare nicht mehr frisch riechen. Weiters habe ich euch von Douglas Home Spa eine Badetablette eingepackt. Dann habe ich euch von Nivea eine intensive Handcreme hineingegeben. Von Mislin packe ich euch ein Duo Eyeshadow Set ein zu Blautönen. Von Belou könnt ihr ein Nippenöl gewinnen. Von Saes White, das ist ein Überlack. Von Nivea so einen Beauty Sponge. Von Car Coil eine Peel-off Maske. Von Invisel Bobble, so goldfarbene, beigefarbene Haargummis. Von Beauty and Planet Coconut Oil und die Lange Young Conditioner. Von Nivea eine Mini-Creme. Von Neutrogena eine intensive Handmaske. Und zum Abschluss von Ebelin ein Haarband. Ja, die Produkte würde ich gerne an einen von euch verlosen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst mir ein kleines Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag Nikolo. Alle weiteren Infos schreibe ich euch natürlich in die Infobox. Wie gesagt, ich würde gerne die Verlosung bis 5. Dezember laufen lassen. Und am 6. Dezember sehen wir uns dann wieder. Und wir werden gemeinsam den Gewinner ziehen. Ich hoffe, ihr habt Freude mit meinem Gewinnspiel. Ich möchte euch einfach ein bisschen was zurückgeben. Für das, was ihr mir so die letzten Monate gegeben habt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr nehmt flässig teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Baba.